Musik 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 hat er gut gespielt für seine art wirkt immer ruhig und abgeklärt und abgezockt vom schnitt und vom tempo her für viele schwer auszurechnen und den ersten satzballen richtige spielsystem ohne richtigen plan hier um zum erfolg zu kommen qualität von bremer jetzt ein bisschen besser da ist der fehler der block fehler von franzosen und zweit ein wenig zu kurz ja und der war wieder gut gespielt für den bremer ja und das ist eine zuzumachen aber den vierten satzball nutzt er zwei zu zwei sehr gut gespielt und und den nutzt er das macht er gut Marcelo Aguere gewinnt den fünften Satz mit